Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Scheiße, passiert. So erschreckend einfach ist es. Danke. Danke, Frau Bibi. Ja, viel Spaß noch. Was ist denn los? Was würdest du sagen, wenn diese Typen geschnappt würden? Ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Ich habe ihn getroffen. Und dann bin ich nachgegangen. Versprich mir, dass du diesen Typen in Ruhe lassen möchtest. Ich habe schon mal geschafft, ihn zu vergessen. Wir kriegen es auch ein zweites Mal hin. Weißt du, du kommst mir vor wie so ein Kater, der mir seine tote Maus vor die Füße legt und stolz wie Bolle ist, dass er was geleistet hat. Hätte ich dir nie davon erzählen sollen, oder was? Ja, zum Beispiel. Das hätte doch mal Eier gehabt. Warum? Warum hast du das gemacht? Warum hast du denn immerhin? Ich habe mich nicht immer montiert. Ich bin immerifer, dass du sicherIST chapter 4 über. Ich bin immer zu donné, dir mal zwar nicht noch zu einem Kater, Ich bin immer wieder.